Was gefällt mir der Bettlerweg sehr gut? Also mir gefällt der Bettlerweg sehr gut. Und auch der Weg zum Hörnlaufen. Und natürlich der Heidi Pfad finde ich schön für Familien. Also mir gefällt dann die Pizzol besonders für die Seewanderung und auch der Wasserwald. Im Pizzol gefällt mir am besten, dass man gut Skifahren kann. Dass es auch im Sommer ein Betrieb ist, dass man wandern kann. Und dass wir ein cooles Team sind. Im Pizzol gefällt mir am besten die Vielfalt. Im Sommer wie im Winter Skifahren, Wandern, die Wege und die Natur. In der Familie kommen wir mit den Kleinen. Da habe ich am meisten Freude. Und auch die Autoleuten, die wir haben. Was mir am besten gefällt am Pizzol ist der Pizzol Gipfel. Weil es gibt einen neuen Weg dort rauf. Und der kann jeder, der trittsicher ist und schwindelfrei rauf. Und er hat eine fantastische Sicht auf alle Berge rundherum. Die Pizzol-Bahn ist super zum Skifahren und Snowboarden. Also es ist wunderbar der Pizzol. Wunderbares Panorama. Man sieht es bei schönem Wetter bis zum Bodensee. Es ist einfach einmalig. Das ganze Skigebiet, man kann wandern. Das Wetter ist zu 95% gut. Nette Mitarbeiter. Einfach ein super Betrieb. Ich war etwa 30 Jahre im Strasseverkehrsamt. Und dann haben mich die Pizzoler gefragt, ob ich mit dem Busen fahren konnte. Und das war für mich eine super Anblinkung. Dann habe ich wieder Kontakt mit den Leuten. Die Pizzol-Bahn ist neer, abgericht die Pizzol-Bahn提出 ghosts. Dem kommt die Pizzol in cloth cloth.